Schönen guten Morgen! Es regnet wieder und ich bin mit der letzten Gruppe der Redung. Wir haben eine Galga mit ihrer zwei Tochter geredet. Die Mama ist elf Jahre alt, wird weil zwölf Jahre alt. Und die Tochter sind fünf oder sechs und drei. Die sind immer zusammen jetzt. Sehr freundliche Galgos. Super lieben die drei.